Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age All. Jetzt im letzten Part haben wir eine Lösegeldforderung bravourös gemeistert. Und jetzt gucken wir uns mal diese... Beereskan. Rominöse Spaltern, die da die Jäger gefunden haben. Beereskan waren auch mal schwierige Gegner. Sagen wir es mal so. Hier oben irgendwas? Oh ja. Enker. Was? Kurze Frage, wenn ich Zielen anmache, wie schnell bin ich damit angreifen? Okay, noch langsamer. Irgendwie ist das Gefühl, dass er schon mal an das Fährt stimmt. Das ist doch der Bogen, der schnelles Ziehen drauf hat, oder? Ja. Oh. Oh, sei es drum. Gold. Das sind Notizen, die kann man doch sicher lesen. Genau das geschieht mit dreckigen Einbrechern. Ah. Selbst die Justiz. Oh, da geht es nicht runter. Da wurde einer gelüncht. Das ist ja eigentlich... Ach, das ist diese Schlucht, die die gemeint haben. Ich spüre dunkle Brut in der Zeit. Das ist wohl kaum eine Überraschung. Das ist richtig. Andere Frage. Kommst du, Oschi, bitte mal rum? Sag mal, was ist denn die... Was ist denn der Stelle da kaputt? So, jetzt... Jetzt... Kommen alle hier rüber. Geht's jetzt wieder? Beine fressen. Beine fressen. Ich entschuldige mich, Gerechtigkeit. Ich wollte nicht andeuten, dass ihr zu einem Dämon werden könntet. Das hoffe ich doch sehr. Ich hatte mich nur gefragt, wo der Zusammenhang zwischen Geistern und Dämonen ist. Alle Magier zerbrechen sich den Kopf über Dämonen. Ich weiß nicht, was die Dämonen zu dem macht, was sie sind. Das Böse in ihnen stößt mich ab. Aber ich verstehe es nicht. Nun, dann hoffe ich, ihr werdet es niemals verstehen. Das hoffe ich auch, Magier. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Okay, dann gehen wir mal runter in die Schlucht. Und ja, dass die dunkle Bruder... Nein, dass es die dunkle Bruder hat, ist wirklich nicht... Das ist kein dunkle Bruder, das sind ein paar einfache Tiefenlauerer. Und die sind keine nennenswerten Gegner. Und Tame hat jetzt mal wieder die Fähigkeit gecancelt. Und schon wieder, sag mal! Okay, in dem Fall was das anderes. Ich kann die nicht anvisieren. Na, egal. Oh, da geht es ganz schön tief runter. Das ist abgesunken. Achso, durch Alistair ist vielleicht gleich noch ein Lauftempo-Boost. Schickt. Ich glaube, da ist jemand, dem man helfen kann. Sigrun. Den Namen kenne ich irgendwoher. Hat man den schon nochmal? So wurde der schon mal genannt. Ich glaube schon, oder? Ja. So, und den geht es hinterher. Die lassen mich in Ruhe. Hallo, geht es noch? So, du stirbst bitte. Danke. Geht's euch gut? Ich hab mir vielleicht eine Rippe gebrochen, aber das ist schwer zu sagen. Mir tut alles weh. Auch die Hilfe? Trotz dessen, was da gerade geschehen ist? Wohin zurück? Es geht um die alte Festung Kal-Hirol. Irgendetwas geht dort vor sich. Ich glaube, die Dunkle Brut züchtet eine Armee heran. Wir müssen herausfinden, ob diese Annahme den Tatsachen entspricht. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Dunkle Brut ihre Pläne in die Tat umsetzt. Die Legion wollte das untersuchen. Aber wir waren Kal-Hirol nicht gewachsen. Es war ein Massaker. Und jetzt bin nur noch ich übrig. Und wie konntet ihr entkommen? Als ich gesehen hab, wie meine Freunde niedergemetzelt wurden, habe ich... Angst bekommen. Ich bin geflohen. Die Dunkle Brut hat sich verändert. Diese Kreaturen sind raffiniert geworden. Sie haben die Legion zerschlagen. Ich habe gesehen, wie sie einige der Frauen verschleppt haben und danach stand mir überhaupt nicht der Sinn. Macht Sinn. Ihr habt überlebt, um weiterkämpfen zu können. Ich habe wenig Zugriff, was soll das heißen? Ich kenne von eurer Seite. Gemeinsam können wir die Legion rächen. Ja. Was? Wirklich? Hatte ich nicht erwähnt, dass Kal-Hirol eine Todesfalle ist? Warum wollt ihr das tun? Ich bin ein grauer Wächter. Oh, herzliches Beileid. Was? Lasst uns keine Zeit verschwinden. Kal-Hirol erwartet uns. Und wenn man die Dunkle Brut sich selbst überlässt, kommt sie auf allerlei merkwürdige Ideen. Die muss nicht mitkommen, ne? Ich teste es aber mal. Bei allem Glück des Bösen. Was? Ja. Ich könnte mit Auken auch einen Pantassan-Dialoge haben, auch wenn der verheiratet ist, was ich nicht wusste. Und mal so. Dann, was wollen wir noch? Haben wir jetzt, was ich wollte eigentlich? Was wollte denn das? Achso, ja, habe ich. Ach, komm. Musik, bitte einkriegen. Danke. Ah, Speer der Legion. Sie ist ein Schoker, tatsächlich. Obwohl, die meisten Legenden über die Legion der Toten vermutlich fantasieren... Ey, Quatsch. Das ist ja hier wurscht. Das habe ich schon durchgelesen. So, dann kriegst du noch Duell-Land und... Duell-Land und mal Schatten, gucke ich mal. Acht Punkte. Machen wir so, 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 so. Damit du mehr aushältst. So, so, so. Und, äh, so. Jetzt bin ich mal gespannt. Mal der Legion. Diejenigen, die das anstrengende Leben der Legion der Toten überstehen, gewinnen durch eine gewaltinnere Kraft, höhere Boni auf Stärke und Konsti. Ja, guck mal doch. Stärke des Steins. Ein Legionär kann sich allein durch die Stärke seines Willens ebenso unerbittlich werden, wie die Steine der tiefen Wege. Ist dieser Modus aktiviert, wird der Legionär vorübergehend immun gegen Schaden und Niederschlagen. Schmerzresistenz. Was ist schon Schmerz für jemanden, der bereits tot ist? Solange dieser Modus aktiv ist, verringert der erlittene Schaden nicht die Gesundheit, sondern die Ausdauer des Legionärs. Das ist interessant. Segnung der Ahnen. Zahllose Stunden, die der Legionär in den tiefen Wegen in unmittelbarer Nähe zu den Adern reinen Lyriums verbracht hat, haben ihnen die Fähigkeit verliehen, Magie zu widerstehen. Ist Stärke des Steins aktiv. Ist der Charakter außerdem gegen Zauber immun, unabhängig davon, ob die von einem Gegner oder einem Verbündeten stammen. Ja, hallo! Da kann man reinböller, wie wir blöde sind. Oh, Level 28. Schade. So, das machen wir auf jeden Fall. Was hatten die sonst noch so? Ja, zwei Waffen, ganz ordentlich. Ach, was, jetzt sind hier ein neues Zwillingsschläge. Tödliche Suche. Das wäre nett. Tiefschlag. Endlose Unruhe. Der Charakter konzentriert sich auf die Vernichtung eines einzigen Gegners und sticht mehr Mann schnell auf diesen ein. Jeder Treffer kostet dem Charakter eine geringe Menge Ausdauer. Dieser Eingriff endet erst, wenn das Ziel stirbt, flieht oder der Charakter es verfehlt oder keine Ausdauer mehr hat. Leidet das Ziel unter blutenden Wunden durch Zwillingsschläge... Was, blutende Wunden? Ach, das sind Attackenkombis. Cool. Okay, machen wir erstmal hier Duellant ein bisschen durch. Bis hier hin. Normalen Schurkensachen bis hier. Bogenschießen wird nix, aber Zwillingsschläge machen wir mal. Mal so und dann so. Party hart. So, war hier reingeskillt. Cool. Äh, okay. Moment mal, ist das Bild von Tiefschlag... Das Bild von einem, dem gerade in die Flöten getreten wurde? Ich meine, klar, Tiefschlag ist genau das, aber... Trotzdem. Das ist ulkig. So, und dann wirst du mal neu ausgerüst. Moment, erstmal das Lied wieder ausmachen. Und gleich anfangen, neu zu singen. So, was hast denn du... Mittelschwer, das ist sicher besser für einen Schurken. Interessant. Habe ich hier irgendwas Besseres? Das ist besser. Auch wenn es leichte Rüstung ist. Äh, Stiefel der Schwindlerin... Sind in jeder Hinsicht besser. Füße des Langfingers. Hm. Äh, Tunika der Schwindlerin. Ah, die hat plus drei Geschicklichkeit, okay. Wieso kann man das tragen, wenn man kein Magier ist? Das ist eins auf alle Attribute. Aber hat er keine Rüstung. Könnte ich vielleicht anziehen. Hm, wer weiß. Ist viel entscheidender. Waffe. Was hast denn du da? Uralte Zwergenaxt. Das können wir doch besser. Kaiserliche Schneide. Das ist Säge. So, und Zahn des Bergvaters. Das war doch das richtig geile Ding, ne? Ja. Okay, was hat die noch mal gehabt? Ach ja, die hat... ...diesen... ...minimal... ...bekloppte... ...Anzahl an Werten gehabt. Und da bei der Sekundärwaffe der... ...ja, die ist komplett auf hinterhältige Angriffe. Ist auf die komische Kälteresistenz, okay. Da habe ich doch sicher noch ein bisschen mehr. Ja. So. Stiche der Wespe. Hm, ne, das... Wobei, doch, das ist ein bisschen flexibler. Da muss sich alles hinterhältig sein. Äh, der hat aber auch sonst... Was mag... Was nicht mag, eigentlich habe ich gar nicht mal so viele Regen gefällt mir. Ja, doof. So, Helm habe ich überhaupt nichts Gescheites. Was ist das für einer? Plus 15. Was hat denn mit ihrer Kälteresistenz? Naja, sei es drum. Was ist das nur für Mode? Ja, also Duellkampf. Bitte anmachen. Schwachstellen. Bitte anmachen. Äh, was haben wir? Doppelschlag. Anmachen. Schmerzresistenz. Nee. Lass das leider nur vorübergehen. Schade. Sonst noch irgendwas Nennenswertes? Nö. Okay. Gut. Moment, wie viel Konsti hast du? Mehr als Gerechtigkeit. Dann runter geht's. Dann fangen wir wieder an zu singen. Oder zu schreien. So, party hart. So, party hart. Feiern wir eine Orgier. Wirklich? Das ist nicht euer Ernst, oder? Nein, das ist natürlich nicht mein Ernst. Was hast du erwartet, Alistair? Mal ganz im Ernst. Alistair! Anders! Wann raffe ich das? Woher Anders hat es schon so ein bisschen der neue Alistair wird. Nur weniger Erbauer. Das ist Yuka. Er ist verletzt. Schwer! Sigrun. Ja, ich bin es. Bleib ruhig und versuch nicht zu sprechen. Gehört ebenfalls zu Legion. Ja. Ich hätte nicht erwartet, so tief noch jemandem zu begegnen. Habt ihr Heilkräuter bei euch? Nein. Ich fühle meinen Tod kommen. Echt eine Befreiung. Nein. Ich habe Verbände. Ich kann helfen. Ihr müsst mir zuhören. Die Brutmütter. Sie gebären. Ich habe eine Armee gesehen. Ihr müsst sie aufhalten. Aber seht euch vor den Kindern vor. Sie sind Abscheulichkeiten. Selbst für die dunkle Brut. Was? Was für Kinder? Wessen Kinder? Vergib mir. Obwohl er gelegen ist, war die Gravitationsphysik für seinen Bart so gemacht, als ob er stehen würde. Nur mal so am Rande. Gendlock. Gendlock Alpha. Gendlock. Okay. Ich bin bereit in den Puppen. So. Nächster. Hast du eigentlich? Nö. Okay. Dann, äh. Na komm. Achwoll. Ich habe hier gar nicht gesehen. So. Komm. Jawoll. Danke. Danke. Und dann bitte Fokus. Bitte aufhören. Äh. Danke. Anders anzugreifen. Hallo? Du darfst raus. Sie machen. Ach. Okay. Jetzt ist es einfach. Wer geht denn dauernd auf Anders? Immer noch. Eure Testschüterung ist tot. Äh. Mit dem Letzten natürlich. Mit dem Letzten natürlich. Wundumschlag. 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 Das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Knorrenbruch. Bloß nicht. Moment. Wieso hat die da... Wieso hat die eine Verletzung? Na egal. Ach. Kam wahrscheinlich noch von vorhin. Macht Sinn. Klar. Stimmt. Jetzt hätte ich eine Rippe gebrochen. Das ist Liebe zum Detail. Herlock Alpha. Herlock. 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 Ich hab ich was. Und übernimm. Hallo? Geht's noch? Nein, geht nicht auf den Fernkämpfer. Oh, Level ab. So, diesmal setze ich alles in Geschicklichkeit. Ich fern ja noch wegen den neuen Perks. Äh. Was mach ich denn? Immer noch zu wenig, ne? Ah, schade. Okay. Ich wollte ja auf... Ne. Doch, genau. Ich wollte mal hier auf Schwachstellen und Schämen. Wobei Schämen wahrscheinlich nichts bringt. Aber Schwachstellen. Bringt mir sicher was. Hoffe ich. Wäre ein guter Disengage, wenn ich das kriege. Also das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, das mal zu behalten. Wieso kann ich... Das ist schon mal passiert, dass ich was Leeres looten konnte. Speichern wir mal. Okay, hier haben wir, glaube ich, alle abgeräumt, die hier standen. Ah, hier ist was. Gesellenkalt, da ist eine Rune. Äh, nee. Hier drin? Nix. Gut, haben wir noch einen Weg vor uns. Ja, über die Brücke. Wo noch mehr Gesocks auf uns wartet. Ach so, bloß ein paar Tiefen, Laura. Ich dachte schon, ernst zu nehmen, die Gegner. Du hast das Zeug noch an, oder? Ja, hast du. Sockert gar nicht so aus. Ach, hier. Ach, das war an. Soll gar nicht angeschaltet aus. Das ist okay. Gut. Die looten nichts. Die Türen sind nicht aktiv. Das heißt, wir können ja noch weitergehen. Das ist schon etwas ernstzunehmenderes. Ja. Naja, was heißt? Hörlocks. Die waren mal ernstzunehmend. Oh, schützig fast. Oh, Hörlock Alpha. Macht ihr den mal? Ich gucke mich um den da. Au. Äh. Gut, dann halt so. Und nicht canceln, bitte. Danke. Und du. Und du. Saphir. Also, der Lootweiser ist ein bisschen lahmselig. Ja, hier sieht schon wieder alles nach Brutenmutter aus. Also sprich, Dead Space. Oh, Kiste. Schwerer zwergischer Helm. Wetzstein. Darf ich mal raten, für wen der ist? Topfpflanze. Ich will dir vielleicht eine Topfpflanze geben. Äh. Äh. Ähm. Scheint richtig gewesen zu sein. Die Legion ist so weit gekommen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Wir sind leichtsinnig und überheblich geworden und haben den Haupteingang über diese Treppe gestürmt. Es war katastrophal. Die dunkle Brut hat uns erwartet. Sie hat die alten Verteidigungsanlagen des Teigs gegen uns eingesetzt. Also Fallen. Ja, aber nicht nur. Uralte Erfindungen der Zwerge, die von den Kreaturen eingesetzt wurden, die durch sie den Tod finden sollten. Wir müssen aus den Fehlern der Legion lernen und uns vom Haupttor fernhalten. Gibt's einen anderen Weg hinein? Die meisten der alten Zwergenfestungen hatten versteckte Nebeneingänge. Und ich wette, das ist hier nicht anders. Wir müssen sie nur finden. Dieser ändert jetzt nichts von wegen, ich mag Frauen mit Tätowierungen. Das ist ein ganzer Krempel schon wieder aus. So. Und so. Äh, und so. Und den musst du dieses Mal auch, wenn wir zwei Nahkämpfer haben. Oh, geht nicht beides. Dann doch lieber das hier. Schade. Ach ja. So. Ah, da war grad ein Gesandter. Ach ne, das waren die Laufen. Äh. Das ist schon ziemlich widerwärtig, muss man mal sagen. Um Gottes Jesus willen. Hier müssen wir mal kurz ein bisschen, äh, für Ordnung sorgen. So, damit. Bam. Was ist du jetzt von mir? Also, die sehen echt armartig aus, muss man mal sagen. Die sehen echt armartig aus. Wie ihr meint. Metallsplitter. Da ist ja ein Metallsplitter drin. Langschwert der dunklen Brut. Das ist uninteressant. War's. Nice, aber also. Hat sie nur Plunder. Okay, versteck der Nebeneingang. Und der soll wo sein? Hier? Hier? Ich geh mal über das Haupteingang. Was dann passiert? Ey, über den Haupteingang meine ich. Nicht über das Haupteingang. Das war spannend. Okay. Dunkle Brut. Das ist eine Art. Falle. Was ist das? Eine Falle? Was ist eine Art? Ja, hier sind ein paar Fallen. Falle. Ja. Na dann. So, was haben wir denn hier Schönes? Alle auf den mal bitte. Alle auf den bitte. Und von den Fallen wegbleiben. So, alle auf den bitte. Und weiter von den Fallen wegbleiben. Ich schlüp nach kurz die Scheibe. Sorry dafür. Oh, hallo Golem. Bissle zurück. Und drauf. Das Schwert sieht so geil aus. Ich kinesiere die Target-Wahl von dem Ding, aber davon abgesehen. Läuft doch. Ganz gut eigentlich. Hier, zerfetzender Schuss. Bam. 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 Dich hab ich noch einen. So. Tot. Und du kriegst den hier. Ja, der Skill hat Impact. Das lässt dich nicht leugnen. Und Fallen entschärfen. Das ist eine Art. Fallen. Und weiter geht's. Bissle grinden. Ja, ein paar Fallen waren hier. Das kann man so sagen. So, Aura der Schmerzen ist übrigens das gleiche Bild wie Tiefschlag. Hört mir grad so auf. Hier noch irgendwas, was ich dir geben will? Ach ja. So, haben wir hier mal alles voll. Der hat bloß Metallsplitter dabei gehabt. Ihr könnt wieder kommen übrigens. Hier waren noch mehr Druckplatten. Das ist eine Art Falle. Also, XP grinden kann man mit den ganzen Fallen hier ja ganz gut. Achso, das sind keine Druckplatten. Fallen die einfach allgemein immer hoch, wenn man da durchläuft. Gut zu wissen. Was ist das hier? Steingolem. Der aber nicht rauskommt. Okay. Einverstanden. Gesandter? Ne, Golemmeister. Jetzt kommt der Golem raus. Das wird mal. Hab ich keinen Bock drauf. Das ist auch nicht nötig. Das ist auch nicht nötig. Wieso hab ich grad... Wieso hat's grad... Achso, weil die Golems alle gleich mitgestorben sind mit dem. Weil ich den umgenieht hab, bevor der die Golems rufen konnte. Wird erledigt. Geil. Granit müssen wir noch suchen, fällt mir grad so auf. Wir waren acht Golems gegen die Welten kämpfen müssen. Wir haben's dafür geschafft, dafür zu... Und wir haben's geschafft, dafür zu sorgen, dass wir nur gegen einen kämpfen mussten. GG. Und die restlichen XP haben wir geschenkt gekriegt. Gut. Dann... Würde ich sagen, geht's hier im nächsten Part weiter. Golem-Kontrollstab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.